Hallo, ich bin Moritz aus dem Pro Fitness. Ich zeige euch heute eine Übung, die ihr zuhause nachmachen könnt. Wir trainieren den Rücken, dazu braucht ihr ein Handtuch und ihr braucht eine Tür. Fixiert das Handtuch fest am Türgriff. Haltet euch an dem Handtuch, an den Enden des Handtuchs fest. Ihr habt einen stabilen Stand, ein bisschen in den Knie, Schultern zurück, Rücken gerade und dann zieht ihr euch einfach nur nach vorne. Den Schwierigkeitsgrad kann man einstellen, indem man den Standpunkt der Beine einfach nach vorne verlagert. Dadurch wird es schwieriger. Viel Spaß beim Zuhause nachmachen. ersten petite Anliek Deiner Demma Kol Ca